Was gibt das denn? Ähm, ich möchte mit Ihnen über Gott sprechen. Oh. Ich stehe mit dem Spaß. Einige... Aaaaaah! Einige Dinge immer noch fragwürdig, aber insgesamt besser als die letzten Upload. Mach das mal, mach das mal und hab mal jedes Mal ein anderes Gesicht, wenn du wieder hochkommst, eine andere Fratze. Es ist ja geil. Und geh, und geh, warte, ne, weißt du, was ist? Ah! Ah! Yes, Leute, Leute, yes, like, like! Diese Hose. Alter, du siehst aus, du bist so ein Comedian. Ich weiß nicht, wie ich den aus den 20er Jahren oder so, der zu große Klamotten anhat, Alter. Musst du mal helfen, Mann? Ja, ne, warte nicht, Alter, fall ich da vorne um. Hör mal auf, Alter. Das ist dir nur ein Zweck. Ich komm nicht raus, Alter. Hilf ich mal, bitte. Oh, Alter, Alter, bleib doch, komm! Ne, lass mich mal leicht nach vorne fallen, Alter. Leicht, aber nicht fest, ey. Was kommt davon, wenn man im Müll spielt? Willst du ihm helfen? Nein. Er hat es dir auf jeden Fall nicht verdient, dass ihm geholfen wird. Dein neuer Schildkrötenpanzer, ey. Ich bin an Sie den Krebsgelegen. Na, lauf doch mal mit deinem Panzer. Lauf doch mal mit deinem Panzer. Alter. War gut? Okay, dann wünsche ich Ihnen einen gesegneten Weg. Einen gesegneten Weg wünsche ich Ihnen. Passen Sie auf sich auf. Gehen Sie mit Gott, aber gehen Sie.